Bei meinem Video über die erste Impfung habe ich relativ viel negative Resonanz erhalten. Ich denke nicht, dass das mit der Qualität des Videos zusammenhängt. Aus diesem Grund bitte ich um Eure Meinung zu dieser Thematik. Ich hoffe, dass deutlich mehr Zuschauer meines Kanals die Corona-Pandemie richtig einordnen und dass sie auch mal offensiver als die Corona-Gegner ihre Meinung kundtun. Aus diesem Grund soll es immer nicht um die Qualität des Videos gehen. Ich wünsche mir eine deutliche Mehrheit auch der positiven Kommentare. Die die es . Und mit